Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute mal aus der Osterdeko die Ostergrüße zu unserem Osterpotpourri. Und ich habe heute ein bisschen Sport für Sie gemacht, denn es heißt ja, Ostern isst man ja mal viele leckere Sachen. Ohne Bewegung keine Verpflegung. Freut sich auf die Osterspecels. Bis gleich. So, und nun wollen wir mal die Ostereier köpfen und es geht los mit dem Osterei Nummer 1. Der Vorteil der Corona-Krise ist ja, dass man sich mit gewissen Schutzmaterialien ausstattet. Und wie Sie sicherlich denken, ich bin so schnell gelaufen, es gab schon so viel Bienen und Fliegen, dass ich ein Schutzvisier habe, damit ich tatsächlich beim Laufen weder Fliegen in den Mund bekomme, noch irgendetwas in die Augen. Und es ist natürlich nutzbar für die Situation hier, also es ist ein bisschen locker, klar gesagt, aber es ist die Möglichkeit, dass sich sowohl der Patient als auch der Arzt oder die medizinischen Fachangestellten schützen können. Mit Mundschutz, mit Handschuhen, natürlich auch mit Anzug und vor allen Dingen auch mit Visier. Welche neuen Erkenntnisse gibt es eigentlich im Moment zu Covid-19, SAS-CoV-2? Wir wissen, dass die, die also besonders schnell Antikörper bilden oder die, die durch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder MS oder Polypsozirose, also alles Erkrankungen, die TH1 gewichtet sind, sehr aktiv sind, ein erhöhtes Risiko haben und die gleichzeitig im Differenzialblutbild auch besonders niedrige Werte für die Eosinophilen-Gradulozyten aufweisen. Und die Studien postulieren oder die Diskussion um dieses Thema postuliert, dass es sinnvoll ist, die Modulation des Immunsystems zu verbessern, dass man sozusagen dieses überschießende TH1 ein wenig in den richtigen TH2 moduliert. Und das ist bei Allergikern zum Beispiel gegeben, die eine TH2-Antwort haben und in der Regel nicht so stark darauf reagieren. Wir haben aber auch eine therapeutische Möglichkeit, nämlich die intravenöse Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger, die, wenn man sie anwendet, auch zu einem Anstieg der Eosinophilen-Gradulozyten führt. Und wir wissen, dass wenn wir zum Beispiel nach so einer Serie das Blut einschicken und das mit Bakterien, in diesem Fall Lipopolysacchariden, stimulieren, die darauf nachfolgenden Zytokin-Freisetzungen, man redet ja bei Corona-Klümpferläufen von Zytokin-Schwurm, Blunderverläufen. Und wir wissen auch aus einer Praxisanwendung, dass zum Beispiel der Interleukin-1-Rezepter-Antagonist im Laufe der Therapie immer stärker wird und in der Lage ist, das Interleukin-1-Beta zu antagonisieren, also herabzumildern. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, dann schauen Sie sich doch weitere Filme von mir zu diesem Thema an. Wir haben dort einen Film, der ganz kurz das Allgemeine darstellt. Es gibt einen Film, wo ein Patient mit wunschobstruktiver Lungenerkrankung über seine Geschichte erzählt. Und es gibt ein gut einstündiges Video, wo ich vor Ärzten und Halbpraktikern referiert habe und das Wissen von vor vier Jahren etwa darstelle und wo Sie auch die Grafiken sehen, wie diese Zytokine sich stimuliert eben tatsächlich darstellen, wie Sie eben auch kurz in der Einblendung ja schon gesehen haben. Viel Spaß dabei! Und es geht los mit dem Oster-Ei-2. Wenn Sie wieder bei der Gartenarbeit sind und wieder das Bundenraut und die kleinen Büsche und was auch immer geschnitten haben, dann können Sie bei Temperaturen von über 6 Grad und im Moment haben wir über 20 Grad davon ausgehen, dass unsere lieben Freunde, die Zecken, wieder überaktiv sind. Und die springen Sie nicht an, sondern die kriechen hier wunderbar hoch, die suchen sich die weichesten Stellen und wo auch immer die sein können, bis hinterm Ohr oder irgendwo in den Haaren, tauchen Sie auf. Und Zecken können die verschiedensten Erreger übertragen. Dabei geht es nicht nur um die Borrelien. Also suchen Sie sich ab, nehmen Sie die Zecken mit einer Zeckenkarte vorsichtig weg, machen Sie das zeitnah. Also die Zecke sollte nicht länger als vier Stunden gesessen haben können. Sie können sie aufbewahren für alle Fälle. Nur in der Hälfte der Fälle kommt es dazu, dass es tatsächlich eine Wanderhülfe gibt. Und wenn die da ist, hat man eine eindeutige Indikation für eine Antibiose. Und wenn nein, dann ist es trotzdem nicht sicher, dass man sich nicht infiziert haben kann. Und Inzecken sind eben nicht nur Borrelien drin, sondern auch Babesien, Anaplasmen, Coxiella, Rickettsien und eben natürlich die Borrelien. Und dafür gibt es natürlich die Tests mit Antikörpern, die am Anfang selbstverständlich immer negativ sind und sich im Verlauf positiv darstellen können, die aber nach einer frühzeitigen Antibiotikatherapie durchaus auch negativ bleiben können. Man verhindert also die Serokonversion. Und wenn man dann später immer noch das Gefühl hat, es könnte ja dennoch irgendein Symptom durch diese Krankheitserreger bedingt sein, dann gibt es die Möglichkeit mit einer Polymerase-Kettenreaktion, also das gleiche Verfahren, mit dem man jetzt bei Co-Luna auch untersucht, aus ihrem Blut zu schauen, ob diese Krankheitserreger tatsächlich unterwegs sind. Und wenn das so ist, dann könnte man auch therapieren. Und dafür werden eben nicht die klassischen 200 Mikroliter genommen, die man sonst nimmt, sondern wir haben dafür 4 Milliliter, so dass es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dann auch solche Krankheitserreger zu finden. Und dann ist es eben auch keine Diskussion mehr, wie bei einem Lymphozytentransformationstest oder einer Veränderung der Antikörpertiter im Blut, sondern dann haben wir den Nachweis, ja, die Erreger sind wirklich da und dann gibt es auch Handlungsbedarf. Und wenn das Ihre Fragestellung ist, dann sollten Sie Ihren Arzt darauf ansprechen, dass er Ihr Blut in das entsprechende Labor mit genau dieser Fragestellung schickt. Und alle guten Dinge sind drei. Frühjahr, Pollenflug, Allergie, Heufieber. Aber es macht weder Gliederschmerzen noch Fieber. Und im Moment fliegen Pulme, Weide und Birke besonders stark. Und in den nächsten Tagen, wir haben schon die Rapsblüte, gehen die Apfelblüten auf, die Kirschblüten sind offen. Also denken Sie dran, wenn die Augen jucken oder wenn Sie niesen müssen, ist es wahrscheinlich eher eine Allergie als eine Erkältung und schon gar kein Corona-Virus. Wenn Sie Husten, Fieber, Kopfschmerzen, trockenen Husten haben, dann sollten Sie eher an Corona denken. Es könnte aber auch eine pieknormale Erkältung sein. Und Nummer 4. Wir fühlen uns sicher hier. Durch Bestellung frühzeitig und immer wieder bei Ebay aus China, okay und auch nicht ganz billig, kommen aber die Masken und wir können sie den Patienten, die die Praxis betreten, auch geben, sodass wir uns gegenseitig schützen. Denn wir wissen ja, mit so einer Maske schützen wir nicht uns, aber die anderen von dem vor dem, was wir aushalten. Und noch ein ganz kleines Schlusswort. Es war noch nie so unwahrscheinlich, sich in einer Arztpraxis mit irgendetwas zu infizieren, wie jetzt. Alle Patienten und Arzt und Mitarbeiter tragen Mundschutz. Wir haben das Visier, wir haben den Spuckschutz, wir haben die Stellwände und wir haben zum Teil, wir halten die Abstände ein oder haben Einzelzimmer. Sie haben überhaupt keine Parkplatzsorgen und sie kommen durch den Straßenverkehr, als ob Sonntag wäre. Es wäre also völlig falsch, wichtige Termine fallen zu lassen, aus Angst sich anzustecken. Denn diese Termine, für die Sie lange einen Termin vereinbart haben, werden nach der Krise nicht plötzlich frei sein, sondern dann kommen auch alle anderen und sie kommen nicht zum Zug. Und man spricht hier von den stillen Opfern der Krise. Die, die mit ihrem Druckgefühl im Herzen oder mit ihrem Blutdruckkrisen oder mit was auch immer, der Schlaganfallgefahr, Kribbelparastasien nicht zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. In den klassischen Hausarztpraxen ist unter dem momentanen Management nicht davon auszugehen, dass sie sich dort anstecken. Also bitte keine Panik. Und wir hatten ja am Anfang, vor ungefähr zwei Wochen, einen echten Engpass. Da klappte das mit der Lieferung nicht. Und an dieser Stelle nochmal, auch zu Ostern, ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Nagelstudios, die uns ausgeholfen haben. Und wenn denn die Krise vorbei ist und Sie Ihr Studio wieder aufmachen dürfen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Vermutlich können wir das dann auch wieder zurückgeben. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Themen Sie wieder interessiert haben, dass Sie eine angenehme Osterzeit haben, dass Sie trotz aller Trennung mit Ihren Liebsten irgendeine gemeinsame Zeit verbringen können. und bis nächstes Wochen. Das war Wodka漫暴bei. Los Angeles wird es etwas 92 daugambe. Das war so. Bis zum nächsten Mal.